Lottie Karotti Doch Vorsicht! Kommt die Karotte ins Spiel, wird es spannend. Plötzlich tun sich unerwartet Erdlöcher auf. Und plumps fällt der Hase von Carlos ins Loch und bleibt verschwunden. Nicht so schlimm. Zum Glück hat Carlos noch einen weiteren Hasen. So kann das Spiel schnell weitergehen. Gewonnen! Carlos Hase war am schnellsten und bekommt als Belohnung die saftige Karotte. Viel Spaß mit Lottie Karotti, dem spannenden Wettlaufspiel für zwei bis vier Spieler ab vier Jahren. Vielen Dank!